Ja Leute, Doppelpiece aus der Seite, was geht? Besinnliche Weihnachten wünsche ich euch alle, keine Ahnung. Hat irgendwie an Flair verloren, dieses Weihnachtsding. Das einzig Schöne ist daran, dass man sich dann irgendwie so zwingt, etwas mal rauszukommen. Nicht zwingen, sich mit Leuten zu treffen, die man liebt, sondern dass man sich zwingt, rauszugehen. Weil sonst schiebt man ja immer vieles auf, nimmt sich nicht die Zeit und das ist gut an Weihnachten, das muss ich sagen. Ich habe einige Kommentare gesehen, wo sich Leute gefragt haben, was ich denn nun zu Weihnachten bekommen habe. Ich muss vorab sagen, dass ich gar keinen materiellen Sinn mehr in diesem Weihnachten sehe. Zumal ich alles, was ich benötige, mir selbst geholt habe. Also das legt man auch völlig ab. Ich hätte das auch nie gedacht als 14, 15-Jähriger zu Weihnachten, dass ich irgendwann mal keine Interesse mehr zu Weihnachten daran habe, Geschenke zu erhalten. Aber es ist jetzt mit meinen mittlerweile 20 Jahren tatsächlich so, dass ich mich dafür recht wenig interessiere, bis gar nicht mehr Geschenke zu erhalten. So kleine Geschenke, die keinen materiellen Wert haben, aber wo man trotzdem daran erkennt, dass sich jemand mit einem beschäftigt, das hat für mich tatsächlich jetzt einen höheren Wert. Also das hat abgebaut und das hätte ich damals nie geglaubt, dass man sich jetzt wirklich bei Weihnachten auf das beruft, wofür es da ist. Dass man zusammenkommt, dass man ja gemeinsam every day, every night Freestyles am Weihnachtstisch macht und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich habe ja schon in Twitter und so gesagt, dass ich zu meiner Mutter gefahren bin über Weihnachten. Wir sind jetzt nicht so eine übelst die verbundene Familie, dass wir alle so zusammen feiern every day, every night. Ist nicht so krass, dass wir jetzt so 20 Leute alle an einem Tisch und so. Deswegen war ich einfach mit meiner Mutter alleine. Sie hat mich eingeladen, so gesehen. Sie hat gekocht für mich, für uns beide, so gesehen. Es gab Hackbraten. Es gab dazu noch rote Kohl. Rote Kohl. Es gab dazu noch Rotkohl und es gab Kartoffeln. Es hat sehr gemundet, Mama. Wenn du das siehst, Doppelpiece, Alter. Und es gab noch einen schönen Kuchen, den ich leider mehr als zur Hälfte alleine aufgegessen habe über Nacht. Ich muss dazu sagen, dass ich den Tag davor durchgemacht habe und dadurch halt auch sehr viel geschlafen habe. Und auch bei meiner Mutter übernachtet habe, obwohl das eigentlich gar nicht vorgesehen war. Aber dann bin ich irgendwie schlafen gegangen, war es 23 Uhr und dann bin ich nochmal schlafen gegangen, war es 4 Uhr morgens. Und dann, ja, es ist scheiße. Ich habe da auch wirklich ein bisschen Kacke gebaut, weil ich komme zu meiner Mutter und penne erst mal. Na, ist ja egal. Wir haben uns ja trotzdem nett unterhalten dann auch noch am Tag und dann war ja alles gut. Und nun kommen wir zu den Geschenken, die mir meine Mutter gemacht hat. Ich habe keine anderen Geschenke erhalten, weil ich auch mit keinen anderen zusammen weiter gefeiert habe. Ich habe von meiner Mutter, wo ich in die Wohnung reingekommen bin, hat sie so einen Teller gemacht. Das finde ich immer voll süß. Das ist halt so, man denkt an einen. Das hat, wie gesagt, keinen materiellen Wert, aber das hat sowas. Ich finde es einfach schön, wenn meine Mutter das macht, weil die so auf kleine Dinge so wertlegt. Dann hat die da so einen Teller gemacht, hat die da so eine Weihnachtsverwärterung gemacht, dann hat die da Süßigkeiten draufgelegt. Und das erste, was ich gesehen habe, war ein Booster mit so einer Schleife rum und so Tanne drum. Also das ist schön verpackt. Und ich fand das so schön. Das hat für mich so einen unglaublichen Wert, dieser Booster. Also der Energy, den ich immer in meinen Videos damals gezeigt habe, bevor ich wusste, was denn da im Hintergrund abläuft. Ist ja egal, ich mache jetzt keine Werbung mehr für Booster, außer dass ich es jetzt schon wieder erwähne und alle jetzt, hey, was ist Booster? Dann geben Sie einen Booster ein und dann sehen Sie, dass es ein Energy-Drink von Edeka ist. Grüße gehen raus an Edeka. Los, gib mir den Sponsoring-Deal. 100k in meine Tash. Ist auch egal. Dann habe ich den so genommen und ich fand das einfach schön. Das hat mehr Wert als diese Geldgeschenke. Wenn ihr Geld geschenkt bekommt, das ist lieblos. Einige sagen sich dann ja so, ich weiß eh nicht mehr, was ich dir schenken soll, dann schenke ich dir einfach Geld. Es ist ja schön und gut, wenn die das dann damit argumentieren. Damit kannst du dir alles holen, was du willst. Aber im Endeffekt ist es lieblos. Es ist einfach so. Es ist vielleicht schön. Trotzdem, weil man weiß, dass man etwas von sich gibt, was man vielleicht selbst braucht. Und das hat ja vielleicht auch so einen bestimmten emotionalen Wert, aber nicht so viel, wie wenn sich jemand Mühe gibt. Also für mich haben 500 Euro weniger Wert als etwas, wo man merkt, dass sich wirklich jemand Gedanken gemacht hat beziehungsweise sich mit mir auseinandergesetzt hat. Ja. Dann war es halt der Booster. Darüber habe ich mich auf jeden Fall mega gefreut. Dann waren halt noch viele kleine Süßigkeiten. Ich weiß, ja, es passt auch zu mir. Hat sich auch mit mir auseinandergesetzt. Und dann gab es noch so eine kleine Weihnachtskarte. Dann habe ich die aufgemacht. Und darin stand ein Gutschein für, ich räume einmal deine gesamte Wohnung auf. Ist natürlich jetzt, ist jetzt natürlich ein bisschen unpassend, aber ich kann den Gutschein ja immer einlösen. Ich habe ihn ja noch im Hinterkopf. Und ich habe den auch fotografiert. Falls meine Mutter irgendwann mal sagt, wenn ich sage, wann räumst du jetzt hier endlich mal meine Wohnung auf? Ich kann hier schon gar nicht mehr laufen. Das kann ja nicht sein. Wann kümmerst du dich endlich um, um deinen Sohn, der alleine versucht zu leben? Und dann habe ich dann ein Foto gemacht. Nicht, dass er dann irgendwann mal kommt. Nee, das existiert nicht. Das hat nie existiert. Nein, so ist meine Mutter nicht. Keine Sorge. Also da will ich sie jetzt auch nicht in ein falsches Licht stellen. Und das ist einfach so, das ist so nice. Sie hat sich mit mir auseinandergesetzt. Sie weiß, wie es hier aussieht. Sie guckt eventuell auch ab und zu mal meine Videos. Ich glaube nicht so aktiv, aber manchmal, so über dieses Fremdschamgefühl irgendwie, wie ich mich hier verhalte im Internet, ist sie so ein bisschen hinweg, glaube ich. Also manchmal oder manchmal auch nicht. Sie hat sich sogar mein Musikvideo gegeben. Das ist voll krass so. Also ich habe auch hier einen Amazon Fire TV Stick. Die ist ja immer über einen Amazon Fire TV Stick oft drin. Und dann gehe ich auf YouTube, weil ich mir irgendwelche Dokus angucken wollte. Und dann stand oben zuletzt gesucht Tanzverbot. Und das fand ich einfach cool. Das finde ich, das feiere ich mega. Aber dann stand, damit hat sich den auseinandergesetzt. Der Text war ein bisschen anders gewesen. Ich muss leider zugeben, dass ich die Karte leider auf dem Tisch meiner Mutter immer in der Wohnstufe vergessen habe. Das ist mir natürlich ein bisschen unangenehm. Aber trotzdem ist das Geschenk an sich ja existent, weil es ja in meinem Kopf weiterhin abgespeichert ist. Und ich fand es einfach schön. Ich liebe meine Familie, aber ich nehme mir wenig Zeit für sie, weil ich halt nur vom PC sitze. Und das ist echt schlimm. Das ist eine Folter. Also nicht jetzt in dem Moment, aber so für alles andere. Weil man nach außen hin wirkt. Es ist dann halt wirklich so, als ob ich mich nicht interessiere. Es ist aber so. Ich bin halt nur gefangen hier in meiner Welt. Ich finde das auch schön. Und das ist sehr schwer rauszukommen. Wenn man es dann irgendwann mal geschafft hat, morgens duschen zu gehen und das Haus zu verlassen, dann ist ja alles easy. Dann sind dann ja alle Türen geöffnet. Aber man muss erst mal bis dahin kommen. Man muss erst mal dieses Duschen erreichen. Und ich stinke immer nach einem Tag, weil ich so, keine Ahnung, weil ich eine übelst schlechte Ernährung habe. Und deswegen geht das so schnell. Every day, every night. Ich komme von der Dusche und stinke schon wieder. Wisst ihr? Und ich fand das einfach schön, so dieses, dass ich mich halt in diesem Weihnachtsfest, dass ich das so im Hinterkopf, dass ich das so hervorgehoben habe, dass es mir nicht mehr um materielle Dinge geht, sondern einfach nur um dieses Beieinander sein. Und ich fand es schön. Ich finde es immer wieder schön, meine Mutter zu treffen. Und ich finde es krass, dass nach einem halben Jahr ich immer noch in diese Wohnung komme und mich immer noch zu Hause fühle und mich nicht befremdlich fühle. Und ich fand es auch krass, dass meine Katze Nele, einige kennen sie vielleicht noch von damals, aber nicht viele, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten ich hatte, wo ich zu Hause ausgezogen bin. 200, 300.000 ungefähr? Weiß ich nicht genau. Ist ja vieles seitdem passiert. Dass ich meine Katze, die ist ja normalerweise scheu, weil wenn irgendwelche anderen Leute kommen, warm, Alter. Every day, every night ist sie so schnell wie dieser Wüstenfuchs, der immer weggerannt ist vor diesem anderen Scheißding. Dieses Mäp, Mäp, keine Ahnung, wie dieses Ding hieß. Dann ist sie immer schnell unter der Couch und dann guckt, dann ist sie auch die ganze Zeit unten, bis diejenige oder derjenige geht. Und bei mir ist sie am Anfang so weggegangen, weil ich halt dachte, dass das jemand anderes ist, aber dann kam sie wieder an, weil sie kannte mich noch. Und ich finde das schön, sodass sie sich nach einem halben Jahr immer noch an mich erinnern konnte. Gut, die ist jetzt auch schon sieben oder acht Jahre, weiß ich nicht genau. Und sieben Jahre haben wir halt zusammen verbracht, aber trotzdem finde ich es schön, dass sie dann immer noch so ankommt. Ich meine, wir haben zwar nicht das beste Verhältnis, weil ich irgendwie auch ein bisschen Arschloch, Arschlöcherisch war zur Katze, weil ich auch mal so schnell austicke und wenn die dann bei mir unter mein altes Bett rennt und dann sich da hin und her kratzt, hin und her kratzt, macht mich das aggressiv, wenn ich schlafen will und die nicht von meinem scheiß Bett weggeht. Wisst ihr, da gab es einige Situationen, aber ich habe sie nie geschlagen oder sowas. Ich habe mal so gemacht oder so getan und das hat die wirklich als Drohung angenommen irgendwann. Das ist krass. Eine Katze, die kann damit nichts anfangen und die sieht das als Drohung. Die macht dann auch so oder wenn ich so mache, dann macht sie so und dann wird die mich schlagen. Ist ja auch egal. Ich bin jetzt schon wieder ein wenig durcheinander. Das Video geht acht Minuten. Ich würde es jetzt hier nicht wieder ausreizen bis kurz vor zehn Minuten. Ich fand es einfach schön und ihr solltet euch auch, ja, besinnt euch darauf. Ich weiß, wenn ihr so 13, 14, 15, 16 seid, keine Ahnung, je nachdem, wer hier noch zuguckt. Ich glaube, so 12, 13-Jährige habe ich langsam weggescheucht irgendwie, weil ich immer so negativ rede. Das geht auch nicht an alle. Ich weiß, es gibt auch 13-Jährige, die würden mich so verbal, back, back, in the black, back, die würden mich lyrisch auseinandernehmen. Gibt es, gibt es, natürlich. Aber es gibt halt auch viele Idioten und die würde ich halt nicht ansprechen. Wisst ihr, deswegen, es gibt viele, na, ist ja egal. Besinnt euch einfach, besinnt euch einfach so auf diese, 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 diese Werte des Weihnachts, nicht? Nicht diese materiellen Werte, sondern einfach so dieses Familie-Beisammensein. Ich weiß, das ist schwer, das zu glauben, dass das wirklich irgendwann mal darauf ankommt, wenn euch ältere Leute sagen, mir geht es nicht um Geschenke an Weihnachten, mir geht es da, mir geht es darum, so bei der Familie zu sein, dann denkt ihr euch mit 13, 14, 15 so, hä, halt die Fresse, wo ist mein nagelneuer, wo ist mein nagelneuer iPod oder sowas, wisst ihr? Aber das verfliegt, das verfliegt irgendwann. So, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt mit YouTube ein bisschen Geld gemacht habe, mir meine, meine drei Monitore geholt habe, mein PC, meine Tastatur, meine Maus, mein Mauspad, meine, mein Interface, meine, ja, hier mein Mikrofon, wo ich jetzt reinspreche. Ich habe mir eigentlich, ich bin, ich bin ein Mensch, der nicht viel braucht, um glücklich zu sein und das, was ich brauche, um glücklich zu sein, ist mein PC. Vielleicht bin ich wunschlos glücklich und deswegen habe ich nicht mehr dieses Gefühl, dass ich irgendwas Materielles brauche. Ach du Scheiße, es ist 9 Uhr, es ist, es geht auf die 9 zu, ich mache jetzt Stopp. Besinnt euch auf diese, auf die ursprünglichen Werte des Weihnachtens und nicht auf materielle Werte. Ich liebe euch ganz doll. Ich liebe euch. Bye every day, every night.